Nehmen wir mal eine Runde hier mit, jetzt müssen wir erstmal so rechts rum, jawoll. Spiegel nicht vergessen, Schulterblick, muss man hier auch Schulterblick machen überhaupt? Jawoll. Festhalten, besonders in Kurven, ja. Hallo Leute, da bin ich wieder, ich habe mir mal heute die Mühe gemacht, hinter, könnt ihr mir schon sehen, Museum, Straßenbahnmuseum, hier in Hannover, besser gesagt in Sende. Wir laufen mal gemeinsam dahin, mal gucken, was uns da erwartet und euch nehme ich natürlich mit. Auf geht's nach dem Intro. So, den Eingang haben wir schon mal gefunden, Tickets habe ich schon online gekauft, aber ich weiß nicht, was uns hier alles erwartet. Ein Öko heißt der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat mir mal gesagt, komm mal hier hin, hier gibt es genug zu sehen, auch Oldtimer-Busse und sowas alles, da bin ich mal gespannt. Hier haben wir auch schon die Eintrittspreise, also Erwachsene, 8 Euro, habe ich bezahlt und man kann hier auch irgendwie auch selbst fahren, angeblich, aber wie gesagt, erstmal rein und dann schauen wir mal, was das so alles gibt, was man überhaupt aufnehmen darf und sowas alles. So Leute, hier haben wir schon mal das erste Teil hier, ich weiß natürlich nicht, was für ein Baujahr das ist, hier steht irgendwas dabei, Gewicht, Drehzahl, Lack, ne, das sind wohl die ersten, ja, ich komme gleich, so, das sind die ersten Exemplare hier in Mannstadt. 100 Jahre Elektrische in Magdeburg, okay. So, ich gucke jetzt mal die ersten Exemplare mal hier an, aber ihr könnt hier schon mal sehen, wie das früher mal war, ist natürlich jetzt alles so verrostet da oben, die Stromabnehmer, ich weiß gar nicht, ob die auch noch fahren hier, so sah das mal wohl früher aus, ja. Aber hier können wir was erkennen jetzt, ja, Baujahr 1956, München Beiwagen, Länge 13 Meter und sowas alles, Leergewicht, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Erneuerung der Flotte, der ist schon in München gefahren. Ja, deswegen heißt das ja auch ein Museum, so ein schönes Museumsstück. Die ganzen einzelnen Dinger hier, ja, hier ist sogar noch Licht an. Türautomatik, soll ich mal gucken, ob man die Tür aufmacht? Passiert nichts, okay. Habe ich euch einfach mal hierher gebracht, zum Straßenbahn, jetzt werde ich auch noch Straßenbahnexperte. Oh, der ist noch, ne, der ist 61. Älter wie ich. Ja, in den verschiedenen Farben, jede Region hat wohl so seine Farbe gehabt, haben die das einfach hierher gebracht. Hier, der ist von Hannover hier. Boah, ihr werdet es nicht glauben, 1929. Länge zwar nur 10 Meter, hier das Stück hier, die zwei Waggons. Okay. Natürlich, die Experten, die für Straßenbahnen und so sind, ihr wisst natürlich, was für ein Modell das ist und so. Ihr könnt das ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das erkennt. Das Schild kennen wir ja, nicht hier zwischen. Damit auch nicht eingeklemmt wird. Ja, Wagen, Wagen Nummer 4783. Der hat hier Wagen Nummer 1260. Auch alles nur Blech. Vielleicht sagt einer, komm rein. Oh, der sieht doch schon mal ein bisschen gut aus hier. Guck mal, wie der aussieht. Ja. Das geht noch weiter, das ganze Gelände da hinten. Achtung, Lebensgefahr. Vorbesteigen des Daches. Stromabnehmer abziehen. Okay. Hauptbahnhof am Stern Universität. Der ist, glaube ich, nicht so alt. Steht da irgendwo, von wann ist da der Ausrüstung, technische Daten. Im Museum, seit 2009 ist der hier. Mit 44 Sitzplätzen. Und zwar ist das ein AEG. Aus Erfahrung gut. Okay. Nicht schlecht. Hier ist sogar noch ein Fahrschulwagen. Oh, ganz in gelb. Wie unsere Fehlingflotte. Ich brauche nur noch blau in Fehling rein draufschreiben. Ja. Ich mache mal sämtliche Klappen auf, Leute. Da könnt ihr mal hier sehen, was da drunter ist. Als ob ich eine Busvorstellung mache. Geht, glaube ich, gar nicht auf, oder? Nee. Sonst wollte ich euch mal die Klappen da zeigen. Aber hier könnt ihr die Bremsen sehen. Sehe ich gerade. Wenn ihr hier dran geht, dann sind wohl die Bremsen, so wie es ausschaut. Ja. Ein bisschen Technik-Kram. Ah, das ist der, wo man eigentlich hätte mitfahren können, oder selber fahren können. Aber die Kapazität war schon voll. Ich habe schon gefragt. Da dürfen wir heute leider nicht selber fahren. Aber mitfahren darf man eine Runde. Dürfen wir da wohl mitfahren. Okay. Bei Rot hier halten. So, hier können wir mal ein Prachtexemplar in Fahrt sehen. 711. Okay. Ja. Genau, bei Rot hier halten. So, jetzt geht es weiter hier. Wir werden natürlich da gleich noch mitfahren. Ist im Preis drin übrigens. Für die 8 Euro. Könnte eine Runde mitdrehen. Ganze Gelände. Und für 39 Euro, also knapp 40 Euro, hätte man auch selber fahren können. Wenn die Kapazität da wäre. Aber wir sind ein bisschen zu spät. Aber egal. Blauen Menschen. So, das ist sehr wahrscheinlich der, womit man auch mitfahren kann. Mal gucken, wann der abfährt. Können wir mal gucken. So, jetzt schon eine Runde drehen oder später. Bei der nächsten Fahrt nehmen wir den Körper mal mitfahren. Sogar mit Heizung und so. Kann man unten das Gebläse noch sehen. Ja. Von Wann ist der hier kann man auch nochmal schon mal sehen. Vom Baujahr 69. Und dahin kommt der andere schon. Okay. Rindeln. Mahlzeit. Mahlzeit. Stau, Ticker. Aber Leute, da ist ein Riesengelände hier. Ich habe mal gerade Wikipedia so ein bisschen geguckt. Da ist schon richtig alt. 1900, stand da neun oder so. Haben die das hier schon gemacht. Ich schätze mal, das alles hat dazu gehört. Ich müsste noch weiterlesen, ob das früher mal ein Bahnhof ist. Das sieht mir fast schon so aus. Schaut mal, da oben ist auch so eine ganz alte Bahnhofsuhr. Und hier so einen alten Arbeitswagen, aber auch von der Östra. Östra sagt uns ja was. Da hinten gibt es noch mehr Sachen. Ah, da gibt es noch eine Halle. Das ist ein Museum. Wir sind ja am Außengelände. Und da drin geht es ja noch weiter. Also, wenn ihr dran bleibt, werden wir auf jeden Fall noch viel sehen. Wenn ihr bis hierhin schon geguckt habt, natürlich, wenn euch das bis jetzt gefallen hat, Daumen hoch, nicht vergessen. So, es geht weiter. Ich habe hier was Schönes entdeckt. Hier auch wieder so ein Arbeitswagen steht da zwar drauf. Aus Bremerhaven sogar. Und hier nur ein altes, ich glaube nicht, dass der fährt. Der hat auch keinen Stromabnehmer und so mehr drauf. Aber hier oben sind noch Stromabnehmer. Und sehr wahrscheinlich ist das hier so ein Endkopf-Haltestelle. Ab hier geht es einfach nicht mehr weiter, wie ihr sehen könnt. Ja. Gut. Leute, mein Kameramann hat mich gerade aufmerksam gemacht, dass das gar nicht sein kann. Vielleicht geht das Ding ja irgendwie runter oder der fährt drüber. Weil wenn man sieht, wenn er gleich losfährt, den nehmen wir natürlich noch mit. Der steht ja da hinten. Und wenn man die Schienen verfolgt, dann müsste er eigentlich hier. Und dann weiter hier langfahren. Aber das erscheint mir so ein bisschen hoch hier. Aber okay. Nicht, dass wir jetzt nur einen gezogen kriegen oder so hier. Gut. Dann warten wir mal, bis der gleich hier losfährt. Dann sehen wir das. Genau. Gesprochen, Leute, guckt mal, da hinten der. Der fährt jetzt hier schon mal los. Mal gucken, ob er jetzt hier lang fährt oder hinten rumfährt. Den sehen wir jetzt mal gleich. Ja, der fährt hier lang. Und der andere kommt gleich von der anderen Seite. So wie es aussieht. Vielleicht können wir ja sehen, wie er hier die Weichen irgendwie stellt oder so. Mal gucken, ob sich hier was tut. Das ist jetzt interessant. Kameramann, nimm auf. Schon gleich lange. Mal gucken, wo der langfährt. Oh, nimmt er jetzt einen großen Bogen oder was? Was hat er vor? Fahrschul. Da ist bestimmt so ein Selbstfahrer, der selbst fährt. Der fährt nämlich ganz vorsichtig da. Jetzt hält er da auch noch an der Haltestelle. Okay. Gut, tut sich im Moment nix. Ich warte noch auf den, wenn der gleich kommt. So, wie ich vermutet hatte, die Fahrschule, der Typ, der hat da 40 Euro bezahlt, ist auch ein Jugendlicher, so wie es aussieht. Die dürfen dann hier selber fahren. Ja. Der kann ja nicht rechts oder links. Der kann höchstens nur bremsen und Gas geben. Ja, und mein Fugmikrofon. Ich bin hier, aber mein Ton müsste, glaube ich, gut bei euch ankommen. Ja, der fährt jetzt hier um den Block hier rum. Und der andere, der müsste gleich von der Seite hier ankommen. Bin ich mal gespannt. Ja, schön vorsichtig fährt er da in die Kurve. Okay, für 40 Euro ist es ganz schön saftig. So, hier habe ich auch wieder ein Prachtexemplar entdeckt. Aber was ist das? Wenn ich jetzt gewusst hätte, was das ist, hätte ich euch den mal vorgestellt. Aber hier gibt es, glaube ich, auch nicht viel vorzustellen. Einfach nur mal so ein Klotz. Keine Ahnung, da ist bestimmt keine Straßenbahn oder so. Wofür wurde der wohl gebraucht? Gewicht 42 Tonnen. Aha. Ah, da hinten pfeift einer. Ich glaube, der macht sich da gerade auf nach hier hin. So, der hat sich schon in Bewegung gesetzt. Tatsächlich, der fährt geradeaus. Da müsste er jetzt gleich hier die Straße überqueren. Der fährt über das Ding, wo ich gesagt habe, Kopf, einfach drüber. Ja. Genau. Und jetzt wird er sehr wahrscheinlich hier an diese Haltestelle kommen. Aber das ist diesmal nicht Fahrschule, so Selbstfahrer. Da ist ein richtiger Fahrer da drin. Ja. Und damit werden wir in der nächsten Runde dann mitfahren. Die wechseln sich wohl ab. Einmal Fahrschule und einmal die Rundfahrt. Ja. Nummer 11. Ah, hier kann man auch einsteigen. Okay. So, bei der nächsten Fahrt fahren wir sehr wahrscheinlich dann mit dem Grünen mit. Und gleich müsste sich der andere in Bewegung setzen. Die Selbstfahrer. So, wir laufen mal so ein bisschen da rein. In den Hallen gibt es ja auch etwas. Und mal schauen, was es in den Hallen zu sehen gibt. Leute, ich glaube, ich habe den Friedhof hier gefunden. Von den Straßenbahnen. Das sieht mir wie ein Friedhof aus. Da sind keine Scheiben mehr drin. Nichts. Natürlich werden wir das auch begutachten, wenn wir schon mal hier sind. Ob da irgendwelche Ratten sind oder so. Mal schauen. Aber den Straßenbahnleuten tut das doch bestimmt auch weh, wenn die sowas sehen hier. Schaut mal. Ja. Wie ihr damals, wo ich auf dem Friedhof war für die Busse, ihr gesagt habt, oh, das tut in der Seele weh. Jetzt den Straßenbahnleuten tut das bestimmt auch in der Seele weh, wenn man hier sowas sieht. Ist der ausgebrannt oder verrostet oder was ist das da? Oh, hier sind so komische Schienen. Hier muss ich aufpassen. Ja, der ist richtig durch. Der kommt nicht mehr über den TÜV. Was ist das für ein Teil, ey? Hier drin ist tatsächlich nur Schrott. Ja. Der steht hier einfach mal. Ja, wer weiß, wie alt das Teil ist. Der hat innen drin nichts mehr, keine Sitze mehr, alles nur Schrott. So, wir gehen mal in die Halle und schauen mal, was es da noch gibt. Kommt mit. So, jetzt schauen wir uns mal diesen Österreich-Arbeitswagen an. Natürlich weiß ich nicht, wofür der genau ist. Hier ist auch noch mal so ein Teil. Von Baujahr 63. Diesel-Lok. Aha. Der braucht also kein Strom. Das kommt euch bestimmt von den Bussen her bekannt vor, der Luftkessel. Der hat auch noch hier Luft, denke ich mal. Diesel, was da gibt es hier? Honda, Generator. Der ist noch im Betrieb, der fährt bestimmt noch irgendwo was durch die Gegend. Hier so ein Hochdruckreiniger und so was, hier zum Saubermachen. Ja. Ach was. Habt ihr gehört? Da ist einer, der weiß alles. Da sind die Lautsprecher und so. Ja. Die haben natürlich Ahnung von. Wenn die jetzt bei den Bussen kommen würden, dann würden die auch davorstehen. Ja, was ist das? Guck, die machen da Fotos, alles. Ja. Ich glaube, das ist der älteste, den wir gesehen haben, 1956. Ja, von Kassel, Triebwagen 269. Okay. In der Halle ist nur so zum Reparieren oder so, glaube ich. Da darf man, glaube ich, nicht rein. Kein Eingang, ja. Da darf man nicht rein. KVG. Ja, Kassel, ne? War doch gerade, ja. Damals gab es schon dieses KVG. Gut. So, da können wir schon die ersten Nachwuchs sehen, die schon mal lernen, wie man fährt und dann, wenn die groß sind, werden die vielleicht mal Straßenbahnfahrer oder so. Ja, müssen wir auch eigentlich mal machen, so kleine Busse oder so, dass die dann von klein auf schon direkt das Gefühl haben, mit dem Bus zu fahren und später vielleicht Busfahrer werden oder so. Müsste ich mal irgendwie anleiern, dass wir mal sowas einführen. So, Leute, schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Mal gucken, ob euch das bekannt vorkommt. Der hat nämlich keine Räder, so für die Schienen oder so, weil das eine Schwebebahn ist. Stadtwerke AG Wuppertal. Von Baujahr, habe ich gerade noch lesen können. 1912. Ja, die Wuppertaler Schwebebahn. Jetzt ist er hier. Wirklich gutes Teil. Ja. Jetzt sind hier natürlich alles viel moderner, aber damals ist dieses Koloss einfach mal oben über den Wuppert geflogen, kann man schon fast sagen. Ja, jetzt kommen wieder die Kleinen. Für jung und alt. Leute, schaut mal, was wir jetzt hier entdeckt haben. Das kommt mir vor wie im Wilden Westen. Damals, kennt ihr noch, sie sitzen da so einfach alles frei. Einfach nur mit so Dinger hier befestigt. Ja, was ist da, wer weiß, von was für ein Baujahr das Teil ist, ey. Linie 7, besetzt. Wenn besetzt ist, macht man da auch noch ein Besetzzeichen. Nicht schlecht. Ja. Und hier das Teil, haben wir doch in den Western-Filmen gesehen, oder nicht? Das war ja auch eine Pferdebahn, Leute. Pferde haben den wohl gezogen. Erste Form der Straßenbahn. Ja. Die Pferde haben den früher gezogen. Von 1912. Habe ich doch gesagt, Wilde Westen. Dann war das Teil auch so. Und vorne ein paar Pferde, und dann haben die die einfach mal gezogen. Ohne Strom, ohne Diesel, ohne Kohle, ohne nichts. Oh, hier ist noch ein gutes Exemplar. Schau mal hier. Das ist jetzt richtig im Museum hier. Richtige. Ja. Eine Fahrt kostet 70 Pfennig. Nein. 60 sogar. Und natürlich, wie überall damals schon, Werbung auf den Sachen. Werbefläche wird direkt voll ausgenutzt. Von wann ist der denn überhaupt? 1912. Triebwagen. Das war aber jetzt mit Triebwagen, mit Strom. Oh, dann kann man die Stromabnehmer noch sehen. Ja, dann ist das Teil. Leistung 60 kW. Sitzplätze 18. Im Museum seit 1971 ist er schon hier. Wahnsinn. Das geht hier noch weiter, Leute. Was ist denn das für ein Teil? Von Kiel auch so ein Triebwagen. Schaltpult. Ja. Genau, der Kameramann guckt jetzt mal da rein, was es da so gibt. So sieht das Teil da drin aus. Ja. Und auch extra eine Kabine für den... Triebwagenführer, wird da zugemacht, dann kann er da alles fahren. Ja, so langsam habe ich Begeisterung hier, Leute. Leute, schaut noch, was wir jetzt hier entdeckt haben. U-Bahn von Budapest, Triebwagen Nummer 12, von 18... Wir werden ja immer älter, 1895. Von Firma Schlick & Nicholson, Budapest, elektrische Ausrüstung. Aber natürlich Siemens, auch wieder mit dabei. Ja. Ey, Leute, man geht echt mit der Zeit hier, ne? Wir sind jetzt, als ob wir richtig so weit weg sind hier. Geht natürlich nicht hier auf, damit keiner hier Unfug macht, aber... Mit Teppich sogar noch innen drin. Wisst ihr, was ich entdeckt habe hier? Kann man hier drin auch heiraten, oder was? Guck mal, da drin haben die so ein Tier. Kann ja sein, dass jemand hier mal drin heiratet. Ja. Es geht weiter. Kann man hier denn reingehen? Was ist von der, 1909 ist der Freiburg-Triebwagen. Steht da was drin, dass man nicht rein gehen darf? Ey, ich bin hier im Schaltpult drin, Leute. Schaut mal, guckt euch das mal an. Batterie, Richtungsanzeiger, also ein Blinker, muss man einfach hier so, zack, links, rechts, Notlicht, Heizscheibe, Batterie. Natürlich fehlt hier noch ein paar Sachen, aber so sind die Gefahren. Der gute Mensch, guck mal, wenn er die Armlehne kann, kann er hier so drauf sitzen. Einfach nur mal auf so ein Ding. Und das hier, dann dreht er wohl hier die Bremse oder so. Oh Mann. Nicht schlecht, wirklich. Ja. Einfach mal so auf den Schienen. Manchmal das Fahrzeug der Freiburger Straßenbahn. Okay. Was gibt es hier noch zu sehen? Mal schauen. Ah, hier kann man auch noch mal. Das Gleiche, wenn man jetzt rückwärts fährt, wie jetzt auch, wenn ein Kopfbahnhof ist zum Beispiel, dann steigt man um und auf der anderen Seite kann man so wieder zurückfahren. Hier sind Bremsen, rückwärts fahren. Ja. Nicht schlecht. Gut. Hebe ich, hebe ich. So haben die Leute sich dann gefühlt. Oh, wir fahren auf der Straßenbahn oder so ähnlich. Ja. Man müsste echt die Zeit mal zurückdrehen und den mal jetzt richtig in Fahrt sehen. Irgendwo, wo er mal gefahren ist. Ja. Oben sind sogar noch Werbungen von ganz früh. Schaut mal da. Großwäsche, Grall und sowas alles. Wäscherei, Thomas. Gibt es bestimmt nicht. Ja. 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 Leute, ich habe hier wieder was Schönes gefunden und hier kann man auch reingehen. Mal gucken, ich mache jetzt mal so, als ob wir eine Busvorstellung machen. Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute werde ich mal euch diesen schönen Straßenbahn euch mal vorzeigen. Ja. Wir gehen mal gemeinsam mit rein. Kommt mit. Also, wie ihr sehen könnt, der hat kein Lenkrad. Wie kann das sein? Das ist ja kein Bus. Also, ich würde mich hier gar nicht zurechtfinden. Natürlich, schaut mal altersbedingt. Ja. Altersbedingt. Kasse. Meine Kasse würde hier vielleicht auch noch reinpassen. Kommt hier. Pfennige Marktstücke. Da kann man sein Wechselgeld reintun. So hat alles. Ja. Ja, was ist das hier? Kmh. Tacho. Ja. Ich würde hier mal reingehen. Wirklich toll. Der Stecker, der kommt mir bekannt vor hier für unseren Drucker. Jeffrey, guck mal. Ne? Ja. Damals durfte man schon nicht mit dem Fahrer sprechen. So ein Mist aber auch. Komm mal rein. Guck mal. Ne? Ja. Weiter mit der Vorstellung. Und zwar haben die auch hier so einen Entwerter. Aber was ganz klein ist, diese kleinen Dinge einfach nur entwerten. Damals schon im Betrieb. Wir gehen mal weiter durch. Mal gucken, wie viele Plätze der hat. Sitzplätze der hat. Das ist schon so alt. Uralt. So. Steht das irgendwo drauf? Haben wir mal irgendwas gesehen? Das kommt euch auch bekannt vor, bestimmt. Damals schon. Noch ein Entwerter und noch ein Entwerter. Ja. Notbremse, wie bei uns zum Entlüften. Aussteigen. Wenn man aussteigen will, drückt man einfach da drauf. Zack. Und dann geht die Tür auf. Ja. Wie im Bus. Im Prinzip. Ja. Aber vielleicht können wir das hier von sehen, wie viele Sitzplätze der und so hat. Irgendwo hat er bestimmt eine Beschreibung. Oder ist das der hier? Ne. Hier steht auch von außen, kann man das lesen. Ja. Aber wie kommt der gute Mensch denn hier über rein? Muss er hier drüber klettern oder was? Ah. Hier gibt es noch eine Tür. Warte. Wie geht die auf? Ist wohl abgeschlossen. Aber irgendwie muss der gute Mensch ja da reinkommen. Ja, der ist abgeschlossen hier. Ja. Okay. So Leute, ich zeige euch noch was. Schaut mal hier, so einen schönen Goliath. Eine Vorstellung. Ich zeige euch mal, der hat nur ein Rad. Ja. Lampen. Okay. Aber. Ganz, ganz kleine Scheibenwischer. Oder auch keine. Auch wieder so ein altes Schätzchen hier. Mit Gangschaltung. Keine Automatik. Und Lenkrad. Einfach mal so eine Speichel oder so. Ja. Und hier hinten. Was ist das denn hier? Esso. Das ist mit Gas. Was steht hier? Erdöl. Stillart. Hier sehe ich auch noch so eine komische Tankstelle hier noch. Was macht eine Tankstelle denn hier auf einmal? Pfennig bestimmt. Preis je Liter. 60 Pfennig. Jetzt haben wir noch eine Eins dazu. 1,60 oder was? Eine 16 Pfennig oder was? D-Mark-Zeiten noch. Also alte Dings. Oh Mann. Ja. Und eine Hebebühne von damals. Damals gab es schon so Hebebühnen. Schaut mal. Muss man bestimmt hier so kurbeln. Ja, dann geht das Ding hier runter. Oder hoch. Und dann kann man da dran arbeiten. Ja. Eine Art Hebebühne. Auch nicht schlecht. Boah, hier sind noch so viele Modelle, Leute. Es lohnt sich wirklich hierher zu kommen, wenn einer Interesse hat hier mit Straßenbahnen und sowas alles. Die sind tatsächlich mal irgendwann auf den Straßen gefahren. Gefahren. So Leute, wir fahren jetzt mal eine Runde hier mit diesem schönen Prachtexemplar vom Baujahr 1947 mit dem Hannover Beiwagen. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Bleiben Sie ruhig da. Ich komme gleich. Okay. Ja, dann rein mit dir. Wo kann man rein? Machen Sie, mache ich mir in der Fahrt. Danke. Danke. Schremmdruck direkt hier vorne. Vorn ist schon besetzt. Die Türen werden hier von Hand zugezogen, vor der Abfahrt schließen und nicht wieder öffnen, okay? Den könnte man theoretisch während der Fahrt öffnen. Wenn es warm ist, kann man hier auch die Fenster aufmachen. So, da oben auch. Ja, nicht schlecht. Genau. Schaffnerklingel. So, Leute, wir machen jetzt einen Rundfahrt. Mal gucken, was wir draußen noch so alles sehen. Ja. Notbremse ist da. Oh, ist das? Schaffnerplatz. Der Schaffner muss hier vorne stehen. Oder stehen. Hier ist er auf der anderen Seite. Ja, was wir vorhin gesehen haben, sehen wir jetzt noch mal aus einer ganz anderen Perspektive. Schön ländlich gelegen hier. Jetzt kommen wir an so eine Haltestelle. Da wird er bestimmt halten. Vielleicht die Türen öffnen. Mal gucken. Das hat aber keiner gedrückt. Doch, der hält. Ja. Wenn jemand aussteigen möchte, kann er aussteigen. Oder auch zweit noch. Ich habe das gerade gesehen, der dreht da an dem Dingster, wie ich gerade gesagt hatte, das ist wohl tatsächlich die Bremse. Der hat da gedreht, so, damit er stoppt. Okay. Ah, der kommt jetzt hier rein. Genau. Weiter geht's. So, guten Tag. Fahrscheine. Wer hat noch keine? Bitte schön. Bitte schön. Wie früher, kann man hier sehen, entwertet. Ja, die können wir jetzt einpacken. Ist in dem Preis alles inbegriffen. Eine Fahrt aber nur. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Taum, kaputt. Auf der Strecke gibt's natürlich noch so ein paar verlassene und ausgestellte Straßen. 2,4 Kilometer ist diese Strecke noch lang. Wenn man selbst Fahrer ist, dann kann man für 40 Euro diese Strecke, was wir jetzt fahren, auch selbst fahren. Man hat natürlich dann noch einen Fahrlehrer und so dabei, der dann alles zeigt, damit nichts passiert. Aber ansonsten einfach mal so eine Rundfahrt. Und hier werden wir auch wieder abgeholt? Alle 15 Minuten oder was ist das? Genau, alle 15 Minuten. Mit dem Ticket, was Sie jetzt entwertet bekommen haben, können Sie mit jeder andere Bahn, die jetzt hier fährt, obwohl mit uns oder mit der anderen, können Sie wieder damit zurückfahren. Wunderbar. Weil Sie haben jetzt nur die Hälfte hier gemacht. Und was war mit dem Museum, da war noch ein Nachlösen, das war nicht für uns, ne? Wenn Sie kein Kombi-Ticket haben, dann müssen Sie pro Museum und pro Person für 2 Euro nochmal nachlösen. Alles klar. Okay, danke. Gerne. So, wir machen jetzt einen Zwischenstopp. Man kann hier, es geht noch weiter. Der fährt eine Runde. Wir fahren von hier aus gleich wieder ab. Aber ich habe natürlich was Schönes für uns entdeckt. Leute, wenn wir schon mal hier sind, ihr wolltet doch immer so schöne alte Busse sehen. Schaut mal, was hier noch alles steht. Die alten Mercedes. Ja, hoffentlich haben wir Glück und das ist vielleicht noch offen, weil ich es nicht glaube, aber wir können ja mal von außen und so gucken. Einen ganz, ganz alten und den danach. Und hiernach kommen ja der C1 und dann den neuen eben halt. Na, natürlich ist das zu. Mit Schloss und so haben wir das richtig zugemacht, damit da keiner rein kann. Ja. Aber schaut mal das alte VDV an, wie das früher mal ausgesehen hat. Und mit so einem bin ich auch schon gefahren. Ja. Das sind die O405er, nicht die 530er, was wir jetzt haben. Das sind die O405 Mercedes. Die Lampen, die sind noch ganz, wenn ich mich recht erinnere, so quer. So quer und so groß müssten die sein. Mal schauen. Ja. Nicht wie bei den C1ern hier vorne, sondern der hatte hier so quer rückwärtsgang, extra unten und so hat alles. Von wann hat er noch TÜV gehabt damals? 2016. Bis 2016 ist er wohl noch gefahren und dann war finito. Ey Leute, dann ist hier sogar ein Gelenkwagen hier daneben. Das sehe ich jetzt erst. Ja. Einen schönen Gelenkwagen. Ja, der hat die noch längs. Haben die schon fast hier in den Gebüsch reingetan. Der ist aber richtig, richtig durch. Ja. So. Und hier drin ausgeschlachtet. Ja, kriegt man natürlich auch keine Sitze mehr. Guckt mal das Gestell an, Leute. Und ihr wolltet aus solchen Bussen noch ein Wohnmobil und sowas machen. Das lohnt sich nicht. Irgendwann ist mal alles durch. Wirklich. Der ist sogar für die Uestra damals gefahren. Die Scheibe. Hier kann man ein Beispiel. Wenn die Scheibe mal kaputt gehen sollte. Die geht nicht so wie bei normalen Gläsern. Einfach nur so stichweise. Der in sich, da ist eine Folie drin. Der hält die ganzen Sachen dann so aus. So sieht das aus. Die kann man aber reindrücken, dann ist das auch richtig kaputt. Ja. Wartet ihr hier. Kein Tank mehr. Nichts. Alles leer. Ja. Oh, schön. VDV ist das gleiche wie bei diesem Modell hier. Ja. Und Frontscheibe haben die schon direkt kaputt gemacht. Einen schönen, ganz alten Mercedes. Ja. Ich habe gerade gesehen, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe nochmal gefragt. Wir dürfen so ein paar Sachen euch zeigen. Habe ich hier schon die ganze Elektrik. Damals war alles hier untergebracht. Ja. Wie ihr sehen könnt. Hier waren dann die ganzen Relais drin. Es ist nur noch einer drin geblieben. Hier. Und das sind die Sicherungen. Schaut mal. Wenn eine Sicherung kaputt war. Das war immer so schön. So wäre die kaputt. Wenn man dann fühlt, dann wusste man direkt. Ah, die ist kaputt. Einfach nur wieder reindrücken. Fertig. Ne. Da braucht man nicht auswechseln oder so. Wenn irgendwo mal ein Kurzschluss ist. Einfach nur. Wie ihr sehen könnt. Zack. Ne. Dann weiß man. Ah, der ist kaputt. Drückt man wieder rein. Und gut ist. Das gleiche ist auch hier mit diesen Dingern hier. Kann man hier auch. Wartet. Oh, der ist klemmt. Ja, der klemmt. Denn normalerweise geht das hier auch. Hinten hat er so ein Teil. Naja. So sieht das aus. Das hier. Oh, das weiß ich nicht, was das ist. Jeffrey müsste das bestimmt wissen. Und was haben wir hier noch? Jetzt habe ich meinen Vierkant natürlich nicht dabei. Ah, die Luftanschlüsse. Ja, für Bremsdruck kann man auch separat hier alles befüllen. Und auf der Seite. Was gibt es hier? Oh, komm her. Ah, hier sind die ganzen Steuergeräte mit dem großen Stecker. Die kann man hier so rausziehen. Erstmal entriegeln. Wenn man die hier da drauf drückt, dann wird das entriegelt. Und dann kann man die so rausziehen und tauschen. Steuergeräte. Ich frage mich aber jetzt nicht, für was die alles waren. Dann hat er natürlich auf der Seite auch noch ein paar Klappen. Hier sind auch nochmal für die andere Seite sehr wahrscheinlich eben halt die ganzen Bremsdruck. Anschlüsse, Druckluft und sowas alles. Jo, so schaut das Teil aus. Ah, die fahren hier wohl ja extra nochmal durch. Da müssen wir gleich nochmal. Ah, der hat bestimmt aber keinen Motor drin, denke ich mal. Wir gucken aber trotzdem mal rein, wenn wir ihn aufkriegen sollten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gar nichts mehr drin. Der Motor ist zwar noch da, aber hier ganze Dieselpartikelfilter gab es ja damals auch nicht. Auspuff und sowas alles. Aber interessant, schaut mal, was fällt euch auf, wenn ihr die Ventildeckel da oben seht. MAN. Wie kann das sein? Der Teil ist Mercedes und da steht MAN drauf. Mal gucken, ob bei dem auch hier hinten, äh, ja, der ist bis 2010 sogar noch gefahren. Von der DEKRA abgenommen bis Februar 2010 hat er noch SP gehabt. Kann man den auch noch öffnen hier? Ach du Scheiße, ne Leute, schaut mal. So sieht das Teil aus. Ist das der Anlasser hier vorne? Ja. Ja, so ist das auch. Sieht das aus. Der hat hier Platz ohne Ende. Haben wir den mal hier hingestellt als Ausstellungsstück. So, wir ziehen mal weiter. Mal gucken, was wir noch finden. Der Kameramann, der schaut mal von da oben rein. Und ich kann da von hier aussehen, wie ihr sehen könnt, einen schönen Lenkrad. Aber ohne Servolenkung, ohne nichts. Ein Mercedes, der Wechsler, wie ihr sehen könnt. Altmodisch. So wie er eben halt damals ist. Aber, ähm, das VDV kann man gar nicht so erkennen wie bei mir. Und guckt mal die ganzen Barometer, was da alles ist. Eins, zwei, drei, vier. Bestimmt separat für jeden Kessel eins. Und, äh, Tacho mit Tachograph und so direkt in der Mitte. Wirklich, ja, toll, muss man schon sagen. Ja, ich war noch begeistert. Ich habe hier noch was entdeckt. Schaut mal hier, ob man da mal noch sehen kann, wollte ich gerade gucken. Aber Mercedes-Benz steht da drauf. Aber ich kann nicht Baujahr und so sehen. Da ist auch ein, ach, das ist ein 305. Schaut mal, Leute, 305. Und daneben war 405. Und die wir jetzt haben sind 530er. Das sind 305. Aber Baujahr kann ich da nicht erkennen. Ja, auf jeden Fall Daimler-Benz. Schön. Okay, wir ziehen mal weiter. Leute, ich habe mich mal gerade schlau gemacht. Und zwar ist im Mai hier auch ein Bustreffen. Die zwei Exemplare, die wir da vorhin gesehen haben, die haben sehr wahrscheinlich da nicht mehr reingepasst. Wenn ihr sehen könnt, hier hinten sieht man noch die Hecks. Hier sind alles voll Oldtimer, noch alte Busse hier noch drin. Das wäre mal interessant. Vielleicht, wenn ich frei haben sollte, kommen wir dann im Mai auch wieder hier hin. Und dann steht hier alles mit Busse und Oldtimer und so was alles. Das wäre doch mal was für uns, oder? So, im Prinzip haben wir jetzt hier schon genug gesehen. Wir warten jetzt noch auf die Straßenbahn und fahren wieder zurück. So Leute, jetzt fahren wir mal eine Runde hier mit. Jetzt müssen wir erst mal so rechts rum. Jawohl. Spiegel nicht vergessen, Schulterblick. Muss man hier auch Schulterblick machen überhaupt? Jawohl. Ja. Festhalten, besonders in Kurven. Ja. Festhalten, besonders in Kurven. Ja. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mal was ganz anderes. Nicht immer nur Bahnhöfe und Busse und Züge, ICEs und so. Das war wirklich interessant. Mir persönlich hat es auch Spaß gemacht. Danke auch noch mal an den, wie hieß der, Fabienne Öko. Der hatte dann seinen Namen geändert. Der hatte mir das ja empfohlen. Komm mal hier hin. Dankeschön auch dafür. Und im Mai gibt es hier auch noch so ein Bus-Treffen. Oldtimer und so. Da kommen wir sehr wahrscheinlich dann auch hier hin. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis in einem anderen Video. Euer Memedowee. Ciao, Leute. Ciao. &